New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Die Polizei weiß Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Polizei, aufmachen! Sekunde, ich komme! Sie könnten nichts finden, das mich mit dem Mord in Verbindung geben könnte. Ich kann noch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Hören Sie! Ich bin von der New Yorker Polizei. Polizei, ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Sofort! Es tut mir leid, ich habe Sie warten lassen. Ich stand unter der Dusche. Sind Sie Lucas Cain? Ja. Mr. Cain, die Nachbarn hörten Schreier aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Ja, ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Tja, dann tun Sie es. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann! Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? 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 Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Tschönen Tag noch. Schönen Tag noch. Tschönen Tag noch. Schönen Tag noch. Achse Wäch shitmach. Ach sino aquellos vale diet. Schönen Tag nocha gelassen. Schönen Tag noch mal. War es dochivities und ich habeheit Dörren. Schönen Tag noch mal. Schönen Tag noch mal. Oh característes ат curs feito. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe Ein Obdachloser. Und das bei dieser Kälte. Armes Schwein. Schön, dich zu sehen. Du fehlst mir. Lang ist's her. Zwei Jahre. Also, was ist passiert, Lukas? Ich habe jemanden getötet, Markus. Gestern Abend in einem Restaurant. Es war, als sei ich besessen in einer Art Trance, als sei ich bloß eine Marionette. Ich sah, was ich tat, aber ich konnte nichts dagegen tun. Oh Gott. Das glaube ich nicht, Lukas. Das kann nicht wahr sein. Du wärst zu so etwas gar nicht fähig. Dieser Mord. Was ist denn genau passiert? Gestern Abend ging ich nach der Arbeit noch in ein kleines Restaurant, um etwas zu essen. Ich saß an meinem Tisch und las ein Buch. Ab da habe ich ein totales Blackout. Ich erinnere mich an gar nichts, bis ich mich auf einmal in der Toilette wiederfand mit einem Messer in der Hand. Es war schrecklich. Und schau her, hier. Warst du das? Vor dem Mord ritzte ich mir mit einem Messer diese Symbole in die Arme. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Du sprachst von einer Art Trance. Was meinst du denn damit? Etwa Magie? Hexerei? Oder sowas? Markus, ich meine gar nichts. Ich erzähle dir nur, was geschehen ist. Ich weiß nur eins ganz genau. Ich bin in Wahrheit nicht derjenige, der den Mann getötet hat. Was ist mit mir los, Markus? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Du kennst mich ja besten, Markus. Hilf mir. Nun, Lukas. Ich weiß nicht recht weiter. Die ganze Geschichte ist so verrückt. Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe. Die meisten Fälle von Besessenheit sind angeblich auf psychische Probleme zurückzuführen und... Markus, ich habe kein psychisches Problem. Ich bin nicht verrückt. Ich bin Priester, Lukas. Es ist ein schweres Vergehen, jemandem das Leben genommen zu haben. Aber ich weiß doch nicht, Markus. Nach all den Jahren hat sich nichts geändert. Du hörst mir nie zu. Lukas, verlange nicht von mir zwischen meinem Glauben und meinem Bruder zu wählen. Ich bin kein Mörder, Markus. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Ich will nur, dass du mir glaubst. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber ich werde nicht gegen meinen Glauben handeln. Ich muss erst Antworten finden. Ich rufe dich an. Hier. Du brauchst es wohl nötiger. Markus, du weißt, dass ich nicht daran glaube. Danke. Dieser Junge wird auf dem Eis ausrutschen. Das muss ich verhindern. Der Polizist vom Restaurant. Wenn ich nichts tue, stirbt das Kind. Aber wenn ich etwas tue, erkennt mich der Polizist. Was mache ich los? Da ist er. Er ist bewusstlos. Schnell. Ich muss auftauchen, bevor mir die Luft ausgeht. Was mache ich nochmals? Das ist echt aus. Ich verscheide dir das Kind. Was machen immer? Es wurde ich Черges sinnen. Schlag Dopierger ist das Kind. Es wurde es richtig gesagt. Oh nein. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Patrouille 324, ein Kind ist ins Wasser gefallen. Schicken Sie den Notarzt. Mann, zählt nicht jeder. Das Kind wäre sonst tot. Das ist ein Held. Er sprang ohne Zerzögern ins eiskalte Wasser. Ohne ihn wäre das Kind dann nicht mehr lebend rausgekommen. Der Polizist hatte mich erkannt. Das war sicher. Warum er mich wohl nicht festnahm? Vielleicht meinte er, wir wären quit. Ich hatte ein Leben genommen und eins gerettet. Trotzdem wurde ich natürlich weiterhin von der Polizei gesucht. Aber als ich den Park verließ, wusste ich, dass ich mich nun wieder im Spiegel ansehen konnte, ohne mich vor mir selbst zu ekeln. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Hi Carla. Wie geht's denn so? Hi Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Haha, nicht schnell genug. Hallo, Inspektor. Hallo, Carla. Hey, Carla. Bestell deinen Partner. Er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet ihr mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Rät selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Hallo, Carla. Hi, Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay. Ich bin den ganzen Morgen hier. Tyler ist noch immer nicht da. Ich rufe mal bei ihm an. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt. Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mache uns Kaffee. Okay. Ich springe unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Ich mag selber. Hey. Ich versuche darle. Ey. Das war's für heute. Das war's für heute. Sam schmult mal wieder. Und ich weiß auch warum. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Ich versteh dich ja, Sam. Du brauchst eben Zeit mehr nicht. Es tut mir weh, dich so zu sehen. Das weißt du doch, Baby. Und wenn du kündigst? Wir könnten den Laden meiner Eltern in Florida übernehmen, ein normales Leben führen und ein Baby bekommen. Ich will kein normales Leben für uns, Sam. Zumindest jetzt noch nicht. Du musst eben versuchen, mich so zu nehmen, wie ich bin. Und meine Wahl akzeptieren. Meine geliebten Motown-Platten. Nicht für alles Gold der Welt würde ich dir gegen CDs tauschen. Ich liebe dich. Hi Tyler. Oh, äh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und? Rückt die Pensionierung mehr? Ja, haha. Gott sei Dank. Hi Tyler. Alles klar? Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem halben Jahrhundert piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn? Denn er glaubt an dich. Und da oben von seiner Wolke aus sagt er dir, Geld ist unbedeutend, Jeffrey. Das Einzige, was wirklich zählt, ist Liebe. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rückt die 100 Dollar raus, bevor ich sauer werde. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine 100 Dollar. Gewinnst du, geb ich dir auf der Stelle 200 Dollar. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, krieg ich 200 Dollar? Ich geb dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komm ich zu dir. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Gerard hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Das war's für heute. Okay. Und? Womit willst du anfangen? Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Hast du die Liste der Anrufe bekommen, die vom Restaurant ausgemacht wurden? Ja. In den vier Stunden vor dem Mord wurden ca. ein Dutzend Gespräche geführt. Ich schicke dir die Liste per Mail. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke. Die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Hm. Der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja. Und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Gerangel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und? Was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay. Bis nachher. Bevor ich zum Gerichtsmediziner gehe, könnte ich in meinem Büro noch eben die Mails checken. Hallo Carla, wie geht's? Ich frage in meinem Büro noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020